Hallo und willkommen zu TTT mit dem Scheißer und dem Fernseher und dem Thomas. Was war das denn? Ich war nicht mal im Spiel drin. Es ist links unten auf den Päring gestanden. Du Dreckskuh. Alter, einen halben Schritt vorgegangen. Dreck. Okay, Scheißer, Safe Call, gibt es auch schon bei dir. Ich weiß, dass du siehst. Auf der Seite. Na, ich hab' mein Spiel noch Preparing unten und drückend, und das Spiel auch innocent. Ich darf auch mal Fehler machen. Ich dachte, du kommst aus dem Königreich, Bayern. Ja. Tschüss. Warte. 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 Da hin, sie geben mir Spatzen. Ja, vielleicht. Also, ich krass, hier ist die Abi Bams. Ja. Ich bin nicht mal ne richtige Waffe, und die haupt ihr euch schon gegenseitig weg. Da waren wir ne Bistole. Mann, ich dachte, jetzt ist es noch Preparing, wie oft soll ich sie noch sagen. Du bist so Preparing. Gibt's hier irgendwo ein Bettengeschäft, wo ich die Chessie ins Bett legen kann? Äh, bestimmt. Hier, vielleicht, Klamotten. Ne, Klamotten hat sie schon genug. Sie will sie noch nicht. Tormus, bitte. Ach, Tormus. Ernsthaft? Tormus. Du eiliges Lude. Tormus, Du eiliges Lude. Tormus ist es, na komm. Unabhängig schon mal. Wo ist er denn das Lude? Helsthaft? Nein, nein, ist vor dem Unfallich schossen. ich habe nicht auf die zeit dafür gebe ich mir ein eis aus auf der ich gebe dir ein eis auf der gamescom aus als ich lieb noch okay dann thomas ich bette auf die couch bitte mal nicht killen ich suche nur bequem haben nicht so bequem aus wie ich versuchte zu bitten weil du dich nicht umbringst ich war hinter dir blöder wichser alter wo bist du hin wer ich ja wo bin ich jetzt hin wieso betrunken obdachlose versuch zu schlafen sagt der richtige ich bin tot sorry wir wissen alle dass du bist und wir wissen auch dass Thomas Tritt ist also du kannst ruhig weitersprechen ich bin's ich bin's Haschloch ist er genau sowas weißt du der Thomas Tritt da nicht ja komm du bist du komm her haben wir eigentlich noch einen Thomas die Lokomotive hier drin nicht dass sie gleich von oben heruntergibt er hat nun nein die haben wir nicht sehr wichtig nein um nicht darum aber nicht mal einmal später hier heute er kommt du bist sowas von Trader Karlsjahr kommen kommt so weit muss man zu spannen die Franzosen in der Welt und er schon hinterliegt sogar noch ein großer Baby eben fehlt genau alles ist Zekulino ja ich bin hinter dir wie ist der Thomas ruhig weil der Thomas das jetzt auch nicht lenken will ja klar weil ich habe gar keinen Schuss gehört ne ich habe nur die Fensterscheibe kaputt geschossen Thomas komm quatsch ruhig Thomas komm quatsch ruhig so was schlechtes ich glaube ich such mir jetzt eine Struktur und dann bäms ich ihn einfach als sein Versteck Aber bei dem Thomas reicht die Pistole auch. Nee, Stückholz. Kann er doch nicht mit seiner Mutter verblühen. Kann es vielleicht sein, dass der Thomas am Scheißhaus versteckt, weil die Türe nicht mehr richtig aufgeht? Keine Ahnung. Und der deswegen so rumflucht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich schaue jetzt gleich mal auf der Toilette. Ah, scheiße, ey, scheiße. Thomas, du bist Traitor. Oh, Junge, erschreckt mich nicht. No, der andere Klo ist auch nicht. Mein Ruf, der kaputt geht. Nimm deine. Mein Ruf kaputt geht. Nein, du bist hier. Thomas, sag halt, wenn du das Wurst feststeckst oder was weiß ich. Er ist tot? Nee, doch nicht. Thomas? Da ist alles abgelaufen. Irgendwo da unten. Eh? Ah, Thomas. Da ist er doch. Thomas? Ja, der steht da hier unten. Tja. Ich brauche nichts, ne? Hab mich ja sehr gut zugesucht. Kannst du mir dieses Verteilungsbuch jemals verzeihen, Jessie? Das war eindeutig. Das war richtig eindeutig. Also, Jesse, ich würde mich immer noch an unseren Deal halten, ja? Wenn ich Traitor bin, würde ich zuletzt killen, also. Du bist ein alter Schleimpatzen voll. Das habe ich doch gar nicht nötig. Doch, hast du. Hundertprozentig. Hätte ich das jemals nötig? Ich äußere mich dazu nicht. Autsch, ne? Scheiße, ich wollte grad vollkopf hauen. Ich weiß zwar, dass ich das auf der Gamescom bereuen werde, diese Missetat, aber... Jesse. Jesse, sprich zu uns. Na, was denn? Süß, glaube ich. Ich bin kein Trader. Ja, ich bin kein Trader. Er ist die Bisse Traktor. Mh, nein. Aber jetzt hätte ich mich gerade erschießt, ich kann mich dazu sagen, das ist kein Problem weggerannt. Ah, ich hätte gern ein, äh... Wo steht er? Alter! Stopp! Tono süßes. Na, wo ist er denn schon wieder? Thomas, wo bist du? Oh, Spiegelbild. Oh, Spiegelbild. Oh! Alter! Was ist los mit dir? Was stimmt nicht mit dir? Was tut mir leid? Ich hab heute einen Hepatrickfinger. Schau mal in meinen Kameran. 863. Läuft bei mir. Ich darf nie wieder TTT mitspielen oder jeden bloß anschießt. Wo ist denn überhaupt das Circulinochen rum gestorben? Weißt du das, JC? Nein. Ich weiß nur, dass er gestorben ist. Ich weiß aber nicht wo. Das haben wir ja kaum wieder hören können. Ich hab nur gehört, dass er von Thomas erschossen wurde. Warum auch immer. Kann man das fahren? Nein. Hundertprozentig ist der Thomas im Sexshop. Oh, da geht die Tür nicht auf. Wo ist denn gestorben? Äh, bei South in dem Restaurant. Ganz her. Drei Minuten dreißig hast du noch, Thomas. Lass dir nicht. Alter! Du hässlicher Kuh, Mann! Kämmt dich noch... Thomas? Kämmt dich da hinten in der Ecke? Du warst nicht Twitter und Kids nicht? Ja! Ich dachte, es ist gerade so wunderschön da. Ich dachte, es ist gerade so... Guckst du nach oben? Ich hätte gar das, ich hätte gar das. Ich dachte mir so, diese Schuss musst du dir jetzt geben. Warum hast du uns die Chessie geschossen? Weil er gekämmt hat. Die hässliche Hure. Oh, hm. Alter, wenn ich dich sehe, schieße ich dir direkt in den Kopf. Nee. Jesse, jetzt sei keine Bella, ja? Nee. Klasse Camper. Kannst du machen, wenn wir acht Leute? Ich hab mir gerade die ganze Zeit mein Lachen verknüpfen. Ja. Du kleiner Pisser, alter. Ja, wo stecken wir jetzt vor der Jesse? Wo geh ich hin? Ja, besser für dich. Geh ich hier suchen und töten. Jetzt ist Traitor. Ja. Was? Ich kann dich nicht verstehen. Wer ist Traitor? Safe call. Ich denke... Ja, komm. Du, er schießt doch eh wieder. Ich hab Angst. Was ist denn das hier für eine Scheißkiste, Alter? Fick die Henne. Geh da. Scheiße. Ja, ich schieß bloß Fensterscheiben kaputt. Aha. Alles gut, sehr cool. Ja, das ist doch ein Traum. Freunde. Hahaha. Alle. Jesse. Alter. Du hässlige Kackfotz. Du hässlige Kackfotz. Blume. Boah, oh, oh, oh. Seif call. Sieh es. Tretter. Ja, die habe ich auch. Oh, kann ich mir nicht sagen. Du bist doch immer noch den Thomas. Da schießt ihr gerade rum. Ja, ich schießt ihr gerade rum. Scheiße. Hä? Da ist Zergo, da ist Scheißerle. Hallo. Äh, schreck dich. Guck dir mal meine kleine Bertha an. Bebel, scheiße. Tierko? Okay. Wo ist die Kuh? Wer ist jetzt Traitor? Scheißerle. Sicher oder bist du es? Nein, Scheißerle hat gerade Zergo getötet. Weil die waren zusammen unterwegs und da kam nur noch ein sehr abgehacktes etwas. Aber das Ding ist aber jetzt, wenn ich jetzt rauskomme und Scheißbesuche, die Frage ist, tötest du mich ja trotzdem noch nicht? Ja, 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 ja. Tako, sag doch was. Tako. Ich darf nicht. Bebe. Vertrau mir. Das ist jetzt nicht toll. Nach der Aktion ich gerade gemacht habe, wo soll ich dir vertrauen? Komm her. Renn doch nicht weg von mir. Ich bin so tot. Nein. War sie noch? Ich habe mich nur weggeportet. Hey. Jetzt hilf mir doch mal, Thomas. Komm her. 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 Ich war gerade oben bei West. In der oberen Etage. Er hat sich immer weggeportet. Weil ich so gut bin. Na, du stinkst. Du hast Angst vor mir. Gibst du. Ja, du stinkst. Ich hätte auch Angst vor mir. Er ist sich behindert, ja, ja. Er ist sich behindert, ja, ja. Er ist sich, ich vertraut dir jetzt. Achtung, 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 Achtung. Was? Warum? Man schaut ihr zwei schlecht. Hat die Fresse. Scheiße, du Wichser. ich hab dir vertraut ich hab dir vertraut und die zerstört mehr freundschaften als super mario kart die monopoli vergessen ja wo ich bin jetzt in uns sehnt Der Zirkusvater. Wurz gerade sein. Huch! Thomas? Aua. Thomas? Sollte die Jesse Rache genommen haben? Hundertprozentig, weil der Thomas antwortet nicht mehr. Und die Jesse kam gerade so ganz so hoch. So ganz glücklich, weißt du? Hm? Was? Okay. Habe ich? Freigabe? Nö. Warum denn? Ich habe doch nichts Verbotenes getan. Du hast Thomas gemacht. Ich habe mir nur das geholt, was mir gehört. Thomas? Alter. Thomas, bist du tot? Alles klar. Oder Thomas hat ein widerliches Spiel mit uns. Hey. Wo hast du? Weil ich ihn voll erschießen wollte, aber ich konnte, weil du Traitor warst. Ja, aber wo liegt der Thomas? Äh, warte, 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 warte. Ich weiß das noch. Entweder bei Norf oder bei Sau. Warte. Nein, das war nicht hier. Achtung. Hm? Der liegt noch im Waffenshop. Ich habe ihn direkt bei dem Waffenshop erschossen. Okay. Warte, 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 warte. Oder ist er scheißerle? Ich bin mir nicht sicher. Nein. Hier nicht. Aber er war auf jeden Fall oben. Ich weiß noch nicht wo oben. In einem von diesen Waffenshops. Ich bin so jungfreulich wie eine Klosternone. Ja, genau. Junge, was laberst du? Hey, für Lügen. Ich wusste es. Ich wusste es. Schade. Träge heller in den Kopf. So, das war's. Warum seid ihr mir zu zweit hinterher gerannt, Mann? Weil wir schon zu zweit unterwegs waren, als du einen Thomas erschossen hast. Ja. Aber ich habe mich gerecht. So, das war's heute. Mein Herz ist ruhig geruhigt. Ich kann ruhig schlafen heute Nacht. Der Erfolge. Tschüss. Ja.